Verfalle den Wahnsinn. Meine Frau Audrey und ich waren knapp bei Kasse, wir waren zu dem Zeitpunkt beide arbeitslos und sie war auch noch schwanger. Also beschlossen wir beide einige Opfer zu bringen, um Geld für das neue Baby zu sparen. Sie verkaufte ihren Schmuck an ein nahegelegenes Pfandhaus und suchte nach einem Job, den sie von zuhause aus erledigen konnte, ich versuchte einen Fulltime-Job zu finden und eben mit dem Rauchen aufzuhören. Das hatte ich schon ein paar Mal versucht, immer mit unterschiedlichen Methoden. Zuerst Kalteintzug, dann Nikotin-Kaugummi und natürlich auch das Pflaster. Ich hatte sogar diese beschissene E-Zigarette ausprobiert, was für eine Scheiße. Die Kurzfassung, spar dir dein Geld, wie auch immer. Wo war ich? Äh, achja, dieses Mal beschloss ich meinen Arzt aufzusuchen, damit er mir irgendwelche Pillen verschrieb oder sowas. Ich weiß schon, musst du mir das gar nicht erst sagen, du warst arbeitslos und wolltest dann zu einem Arzt gehen, wie zur Hölle wolltest du die Rechnung oder das Rezept bezahlen, Arschloch. Wir hatten dafür gerade genug gespart und befanden, dass es uns langfristig Geld sparen würde. Keine Sorge, ich hatte Glück. Ich rief in der Praxis an und bekam einen Termin für 11.15 Uhr am nächsten Tag. Da ich mit dem Rauchen aufhören wollte, rauchte ich bis dahin auch keine Zigarette mehr. Ich sprang in meinen 1992er Ford Tempo und machte mich auf den Weg. Gegen 11 Uhr betrat ich die Praxis. Es gab keine Schlange vor dem Empfang und auch im Wartezimmer war keine Menschenseele. Das ist ein Jackpot. Ich hatte auch keine Lust dazu gehabt, mich dort hinzusetzen und irgendeinem Jammerlappen zuzuhören, wie er sich über sein beschissenes Leben auskotzte oder eine Teenie-Mutter dabei zu beobachten, wie sie ohne jegliche Erziehungsfähigkeiten ihr Kind den Zeitungsstände auseinandernehmen ließ. Für geschlagene 10 Minuten stand ich vor dem Empfangstresen, weil die Arzthelferin mit ihrem Handy zugange war. Ich sah sie an und sie gab mir den »Gib mir eine Minute, ich bin am Telefonfinger«. Sie kicherte und fuhr ihre Unterhaltung fort. Ich biss mir auf die Zunge und klopfte mit den Fingern auf den Tresen. Nach einer Weile beschloss die Dame, dass ich Beachtung verdient hätte. »Kann ich Ihnen helfen?« fragte sie mit gehässigem Unterton. »Am liebsten hätte ich sie am Hals gepackt und so lange zugedrückt, bis ihr Kopf platzte.« »Ja, tatsächlich können Sie das. Ich habe einen Termin bei Dr. Madsen um 11.15 Uhr. »Name?« »Mark Skransky.« »Mr. Skransky, lassen Sie mich mal sehen.« »Ah, hier steht es ja, für 11.15 Uhr, sagen Sie?« »Ja, genau.« »Nun, da scheint es ein Problem zu geben.« »Tut es das?« »Was für ein Problem kann das sein?« »Nun, erstens, Sie sind zu spät.« »Quatsch, ich war 15 Minuten früher hier, um den Anmeldebogen auszufüllen.« »Sie waren an Ihrem beschissenen Telefon.« »Sir, halten Sie sich zurück oder ich werde Sie aus diesem Gebäude entfernen lassen.« »Ich habe keinen Beweis dafür, wann Sie hier aufgekreuzt sind.« »Sie hätten den Anmeldebogen ausfüllen müssen.« »Sie haben mich doch hier stehen sehen!« »Ach, was soll's? Ich fülle das Ding jetzt aus. Kann ich dann jetzt den Arzt sehen?« »Nun, das wäre das zweite Problem. Da Sie zu spät sind, haben Sie den Termin verpasst und Dr. Madsen ist für den Rest des Tages ausgebucht.« »Ernsthaft? Sie verarschen mich, oder? Hier ist doch niemand!« »Sir, ich habe Sie gewarnt und ich werde es nicht noch einmal tun.« »Versicherung?« »Ha, schön wär's.« »Ha, trifft's ganz gut.« »Füllen Sie einfach den Anmeldebogen aus und setzen Sie sich hin. Ich werde sehen, was ich tun kann.« Ich nahm den Stift und kritzelte meinen Namen auf das Blatt. Unter dem Punkt »Zeit« schrieb ich »Elf Uhr«, so groß wie ich konnte. Ich bemerkte außerdem, dass sich an diesem Tag noch niemand sonst eingetragen hatte. »Ausgebucht am Arsch«, murmelte ich. Ob du's glaubst oder nicht, aber diese dumme Schlampe hing gleich wieder an ihrem Handy. »Das ist fantastisch. FANFGENTASTISCH«, meckerte ich etwas lauter. Sie funkelte mich kurz an und wandte sich dann wieder ihrem ach so wichtigen Gespräch zu. Ich schmunzelte kurz und setzte mich dann hin, sah auf meine Uhr und entschied, dass eine Zeitschrift mir dabei helfen würde, die Zeit rumzukriegen. Der Zeitungsstände war voll von diesem typischen Praxiszeug. Elternzeitschriften, Men's Health und andere Scheiße. Ich griff nach dem Automagazin und blätterte es durch. Da nichts darin besonders spannend war, legte ich es wieder zurück. Die Wartezeit war kaum auszuhalten. Langweilige weiße Praxiswände, der Fernseher spulte immer wieder die gleichen Gesundheitsnews ab, Regale mit Broschüren, die Leute dazu anstifteten, sich bestimmte Rezepte zu besorgen. Falls Ihre Arschhaare schneller wachsen, als Sie gucken können, fragen Sie Ihren Doktor nach Bullshitophien. Ich zählte die Punkte an der Decke und fragte mich, ob ich mir nicht einfach einen neuen Termin für morgen besorgen sollte. »Mr. Schramsky? Mark Schramsky?« »Skransky«, antwortete ich, sah auf die Uhr und dann zu dem großen, dürren Mann auf, der in der Türe stand. Er sah nahezu ungesund aus. Auch wenn er nicht wirklich alt aussah, konnte ich sein Alter nicht einschätzen. Er hatte kurze, graue Haare, die unter einer rot-orangenen Haube hervorlugten. Seine Augen wirkten eingefallen, seine Haut war blass. Er trug eine orangenfarbene Hose mit dunklen Punkten und einem weißen Arztkittel. Mein Kinn klappte bei seinem bloßen Anblick herunter. »Dr. Madsen?« fragte ich. Es ist nicht so, als wäre ich jemals zum Arzt gegangen und so war ich geschockt, dass all meine Vorstellungen über Dr. Madsens Aussehen so brutal korrigiert worden waren. »Nein, unglücklicherweise hat der gute Dr. Madsen die Praxis aufgrund einer schwerwiegenden Krankheit gerade verlassen«, antwortete er mit heiser, kratziger Stimme. »Welche Ironie«, dachte ich. »Die Arzthelferin sagte, er wäre den Rest des Tages ausgebucht. Übernehmen Sie jetzt seine Patienten?« »Nur ein paar von ihnen. Ich wurde gerade erst aus Newport hierher versetzt und Dr. Madsen bot mir an, einige seiner Patienten zu übernehmen, bis ich mich eingelebt habe. Sofern der Patient einwilligt, natürlich.« »Von mir aus?« Ich war unsicher, doch meine Ungeduld siegte. »Schön, hier entlang dann, Mr. Skarski.« »Es heißt Skranski«, antwortete ich. Ich hörte, wie die Arzthelferin irgendetwas brüllte, als die Türe hinter uns zufiel, doch ich glaubte, dass es etwas mit ihrem Telefonat oder einem weiteren Patienten zu tun hatte. Ich folgte dem Arzt in ein kleines Behandlungszimmer. Es gab einen Untersuchungstisch und ein paar Poster an der Wand, die verschiedene Körperteile mit medizinischen Begriffen zeigten. »Ah, hier steht, Ihre letzte Untersuchung ist schon eine ganze Weile her.« »Ja, es fehlt an entsprechenden Mitteln, wenn Sie verstehen. Doch deswegen bin ich gar nicht hier.« »Nun, ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie sich nicht erst untersuchen lassen.« »Äh, wissen Sie, das ist genau das Problem. Ich bin nicht versichert und ich kann mir das nicht wirklich leisten.« »Ich verstehe. Vielleicht können wir ja eine Ratenzahlung vereinbaren.« »Von mir aus? Versuchen Sie es nur günstig zu halten, okay, Doc? Ich kenne Ihren Namen noch gar nicht.« »Gleichzeitig dachte ich, dass meine Frau mich umbringen würde, wenn sie die Rechnung sah, aber es war ja zu meinem Besten.« »Oh, entschuldigen Sie. Sie können mich Dr. Winston nennen.« »Okay, Dr. Winston, bringen wir es hinter uns.« Er untersuchte mich kurz, kontrollierte meinen Blutdruck, mein Gewicht, drehen Sie Ihren Kopf und husten Sie und so weiter. Zuletzt kontrollierte er meine Atmung, hielt sein Stethoskop an meine Brust und bat mich tief durchzuatmen. »Sind Sie Raucher, Mr. Scramsky?« »Hören Sie zu, es heißt Scramsky.« »Wissen Sie was?« »Nennen Sie mich einfach Marc.« »Und ja, deswegen bin ich eigentlich hier.« »Ach, sind Sie das?« »Was ist denn das Problem?« »Ich erklärte ihm meine Situation und seine blaugrauen Augen starrten mich an, während ich sprach.« »Es war unangenehm, doch ich versuchte es zu ignorieren.« »Ja, Sie haben Glück«, sagte er, während sich ein breites Grinsen auf seinem blassen papierähnlichen Gesicht ausbreitete. »Zufällig kann ich Ihnen die Chance Ihres Lebens bieten. Es gibt ein neu entwickeltes Medikament, welches für Menschen wie Sie geradezu geschaffen wurde.« »Ach, hören Sie auf, Doc. Nagelneu. Das bedeutet, es wird mich einiges kosten. Beide Arme und ein Bein vielleicht?« »Worüber sprechen wir hier?« »Nein, nein, Sie verstehen nicht. Das Medikament ist zurzeit noch in der Testphase, bevor es überhaupt auf den Markt kommen darf. Momentan werden Freiwillige mit einer Summe von nicht weniger als 1.500 Dollar belohnt, um es zu testen und über die Ergebnisse zu berichten. Dafür wurde es bereits freigegeben.« »Wirklich?« »Die bezahlen mich dafür, dass ich ihre Pillen nehme und herausfinde, ob sie wirken oder nicht?« »Oh, nicht nur das. Aber da Sie mein erster Patient sind und nicht nicht unwesentlich an der Entwicklung des Medikaments beteiligt war, wäre ich bereit dazu, die Rechnung für die heutige Untersuchung verschwinden zu lassen, falls Sie an diesem Versuch teilnehmen.« Es sah nach einer Win-Win-Situation aus. »Die Untersuchung wäre umsonst. Ich würde das Rezept bekommen, für das ich hergekommen war und obendrein würde ich dafür noch bezahlt werden.« »Ich war dabei.« »Na schön, hört sich gut an. Wie sieht die Bezahlung aus und was muss ich dafür tun?« »Also, der gesamte Versuch dauert 15 Tage. Jeden Tag werden wir uns treffen und Sie werden mir erzählen, was die Medikamente mit Ihnen anstellen. Für jeden Bericht werde ich Ihnen 100 Dollar zahlen. Es gibt zwei Arten von Pillen. Die Pillen aus dieser Schachtel.« Er hielt eine rot-orangefarbene Schachtel hoch. »Werden Sie dreimal täglich nehmen. Direkt als erstes in der Früh, exakt nach einem halben Tag und kurz bevor Sie ins Bett gehen.« Dann hielt er eine zweite Schachtel hoch, die grau und schwarz war. »In dieser Schachtel sind Pillen, die Sie immer dann nehmen, sobald Sie den Drang dazu haben, eine Zigarette zu rauchen. Sie dürfen während des Versuchs weiterhin rauchen, besonders wenn Sie dann immer die Pillen aus der grau-schwarzen Schachtel nehmen. Tatsächlich werde ich Ihnen sogar Zigaretten stellen.« Er reichte mir ein Gutscheinheft, welches locker den Wert von drei Stangen Zigaretten beinhaltete. »Wenn ich weiterhin rauche, wie soll das dann funktionieren?« »Vertrauen Sie mir. Am 15. Tag des Versuchs werden Sie nicht mehr rauchen wollen.« »Das kann doch kaum besser klingen.« »Die einzige Voraussetzung ist, dass Sie den Versuch nicht abbrechen.« »Ja, schon klar. Wenn ich es nicht beende, werden Sie mich nicht bezahlen, kapiert.« Ich drehte mich um, um die Praxis zu verlassen. Die Arzthelferin wartete an der Türe zum Wartezimmer bereits auf mich. »Sir, ich muss Sie bitten zu gehen.« »Wir bitte?« »Sie können nicht einfach so in das Behandlungszimmer einer Arztpraxis marschieren. Sie haben Glück, dass ich nicht die Polizei gerufen habe.« »Hören Sie zu, Lady. Das Handy muss tief an Ihrem Gehörgang stecken, als ich angenommen hatte. Der Arzt hat mich aufgerufen, mich untersucht, mir ein Medikament verschrieben und mir noch Gutscheine in die Hand gedrückt. Und jetzt werde ich gehen.« »Ich rufe die Polizei. Der Arzt ist in seiner Mittagspause und wird vor 12.45 Uhr nicht zurück sein.« »Will Sie meinen, ich habe keinen Bock mehr darauf. Ich verschwinde jetzt.« Und damit ging ich. Das war definitiv genug Drama für einen Tag. Mit meiner Beute kletterte ich in mein Auto, startete den Motor und verließ den Parkplatz. Dabei bemerkte ich, dass die Uhr 12.07 Uhr anzeigte. Niemals war das Gespräch so kurz. Vor 12.05 Uhr habe ich das Behandlungszimmer nicht betreten. Nicht mal die Uhr funktionierte dieser Schrottkarre. Meine Armbanduhr zeigte die gleiche Uhrzeit. Na, dann muss ich mich vorhin verguckt haben. Auf dem Weg nach Hause hielt ich an einer Tankstelle und besorgte mir ein paar Schachteln Marlboro. Wenn die Zigaretten schon umsonst waren, konnten es auch Markenzigaretten sein. Scheiß auf diesen Paul Maulmist. Ich betrat mein Haus, legte meinem Hund Goose die Leine an und ging wieder hinaus, um meine erste Zigarette des Tages zu rauchen. Bevor ich sie anzündete, nahm ich eine der schwarz-grauen Pillen und genoss dann die Zigarette. Audrey entdeckte mich draußen und beschloss herauszufinden, was los war. Hey Liebling, ich hätte dich nicht so früh zurückerwartet. Warst du bei deinem Termin? Klar war ich da. Der neue Arzt ist etwas merkwürdig. Und die Arzthelferin ist völlig verrückt, aber es hat geklappt. Warum rauchst du dann? Ich dachte, du wärst dort gewesen, um damit aufzuhören. Ja, aber mach dir keine Sorgen. Er hat mir die hier verschrieben. Ich warf ihr die Schachtel mit den Pillen zu. Toll. Und was wird uns das kosten? Die komplette Untersuchung mit eingerechnet oder nur die Pillen? Du hast dich auch noch gründlich untersuchen lassen? Mein Gott! Ich will's gar nicht wissen. Nein, mach schon. Rate. Es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Dann sage ich... 500 Dollar? Weiter nehmen. Versuch's nochmal. Ach komm schon, ich hab keine Lust auf dieses Spiel. Sag es mir einfach. Na schön. Die Untersuchung war umsonst und der Arzt wird mir außerdem 1500 Dollar dafür zahlen, dass ich diese Pillen 15 Tage lang schlucke. Alles, was ich tun muss, ist, ihn täglich zu treffen und ihm zu berichten, wie es mir geht. Dafür gibt er mir 100 Dollar pro Tag. Zusätzlich hat er mir noch Gutscheine für die Zigaretten gegeben. Er sagte, ich soll einfach weiter rauchen wie sonst auch und dabei diese Pillen nehmen. Die orange-roten dreimal am Tag und die schwarz-grauen immer dann, wenn ich eine rauchen will. Okay, das hört sich zwar ziemlich schräg an, aber wenn wir dafür bezahlt werden, dann ist es wohl ein Versuch wert. Sie drehte die Schachtel in ihren Händen und sagte irgendetwas, doch ihre Stimme hörte sich mit einem Mal sehr weit entfernt an. Das Blut rauschte plötzlich in meinen Ohren und mir wurde schwindelig. Die Welt um mich herum verschwamm und dann war da nichts mehr. Als ich wieder aufwachte, stand meine Frau mit dem Handy in der Hand über mir und sprach mit der Notrufzentrale. Oh, warten Sie. Er wacht gerade auf. Gott sei Dank. Ich weiß nicht. Warten Sie eine Sekunde. Liebling, geht's dir gut? Du bist in Ohnmacht gefallen. Ja, mir geht's gut. Kopfschmerzen. Aber ich denke, es geht mir gut. Gut. Schicken Sie einen Krankenwagen. Nein. Oh nein. Keinen Krankenwagen. Es war nur ein Schwindelanfall. Weißt du, wie teuer so ein Krankenwagen ist? Sag Ihnen, Sie sollen ihn abbestellen. Ach, gib mir einfach das Handy. Ich mach das. Hallo? Notrufzentrale? Eine Frauenstimme antwortete mir. Sir, kann Sie mir beschreiben, was passiert ist? Keine Sorge. Rufen Sie Ihren Krankenwagen zurück. Es war nur ein Schwindelanfall. Sir, ich muss erst sicher sein, dass es Ihnen gut geht, bevor ich das tun kann. Nichts Schlimmes. Ich bin einfach nur umgekippt. Mir geht's gut. Gut. Die Stimme am anderen Ende der Leitung veränderte sich leicht. Sie wurde tiefer und kratzte etwas. Sie haben sie genommen, oder? Die Pillen. Ah, schade. Dann rauschen in der Leitung. Sir, sind Sie noch da? sagte die Frau, die plötzlich wieder normal klang. Was haben Sie gerade gesagt? Sir, sind Sie an einem Handy? Die Verbindung scheint schlecht zu sein. Nein, was haben Sie gerade über die Pillen und Asche gesagt? Sir, ich habe nichts über Pillen oder Asche gesagt. Haben Sie irgendetwas genommen? Nein, das war wohl nur ein Störgeräusch. Ich hab Sie missverstanden. Ich schwöre, mir geht's gut. Na gut, Sir. Dann werde ich den Krankenwagen abbestellen und Ihnen sagen, dass es ein Fehlalarm war. Wenn das nochmal passiert, sollten Sie aber dringend einen Arzt aufsuchen. Das mache ich, sagte ich und legte auf. Ich wischte mir etwas Spucke aus dem Mundwinkel und bemerkte, dass diese schwarz war. Meiner Frau sagte ich lieber nichts davon. Sie hatte heute schon genug Stress gehabt. Der Rest des Tages verlief ereignislos. Als ich mich Bett fertig machte, musste ich an diese Stimme am Telefon und den merkwürdigen Arzt denken. Nur ein verrückter Tag, dachte ich. Ich griff nach der Pillenbox und betrachtete sie. Es war eine einfache Pappschachtel, die halb rot und halb orange war. Das gleiche galt für die grau-schwarze Schachtel. Ich nahm meine Pille aus der orange-roten Box und drehte sie in meinen Händen hin und her. Sie sah nicht aus wie eine gewöhnliche Pille. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Nicht, dass ich andere Pillen bisher sonderlich gründlich untersucht hätte. Die Pille bestand aus einer durchsichtigen Kapsel mit einer roten Flüssigkeit darin. Eine weitere orangefarbene Flüssigkeit wirbelte darin, doch beide vermischten sich nicht. Wie Öl und Wasser. Von der Pille ging ein leichtes Leuchten aus. Es geht um 1500 Dollar, dachte ich. Und schluckte die Pille. Am nächsten Morgen wachte ich schweißgebadet auf. Die schwarze Flüssigkeit hatte sich erneut in meinem Mundwinkel gesammelt. Normalerweise konnte ich mich nie an meine Träume erinnern, doch jetzt spürte ich so etwas wie Angst. Meine Frau blieb noch im Bett, während ich meine Morgenroutine durchging und zusätzlich eine weitere Pille nahm. Ich putzte mir die Zähne, machte Kaffee und ging dann in den Garten, um Gust rauszulassen und eine zu rauchen. Ich zückte erneut eine grau-schwarze Pille. Ich hatte am Tag zuvor schon einige davon genommen, doch hatte ich sie nicht genauer angesehen. Da ich das aber am Abend zuvor mit den anderen Pille getan hatte, beschloss ich mir, diese hier auch vorzunehmen. Sie waren den orange-roten sehr ähnlich, nur dass diese hier grau mit schwarzen Wirbeln darin waren. Anstatt zu leuchten, schienen diese hier sämtliches Licht aufzusaugen. Ich bemerkte, dass der Hund aufgehört hatte, herumzulaufen und mich nun anstarrte, während seine Nackenhaare aufgestellt waren. Gus, was ist los mit dir? Natürlich antwortete er nicht. Doch er blieb angespannt. Vielleicht ein Eichhörnchen hinter mir oder sowas. Ich wollte mir die Pille gerade in den Mund schieben, als Gus laut zu bellen anfing. Ich erschrak und ließ die Pille fallen. Gus, der nun mal ein sehr neugieriger Hund war, kam angelaufen und schnupperte daran. Dann schrie er schmerzerfüllt auf und rannte davon. Wirklich, Gus? Gus, du bist so eine Pussy. Er hatte sich in seiner Hundehütte versteckt. Ich schüttelte nur den Kopf, hob die Pille auf, schluckte sie und rauchte dann meine Zigarette. Es sah so aus, als würde das Schwindelgefühl immer weiter nachlassen, je häufiger ich diese Pille nahm. Dann überredete ich Gus, seine Hütte zu verlassen und ging mit ihm zurück ins Haus. Der Rest des Morgens verlief normal. Audrey schaffte es gegen 10.30 Uhr aus dem Bett. Wir füllen durchsuchten mehrere Webseiten nach Jobs, blätterten durch die Kleinanzeigen und sahen etwas fern. Dann plötzlich klingelte es an der Tür. Ein Blick auf die Uhr verriet, dass es 12.05 Uhr war. Ich erwartete niemanden, also ging ich zur Tür, um vermutlich einem Verkäufer oder Zeugen Jehovas zu sagen, dass er sich verpissen sollte. Ich lugte durch den Türspion und entdeckte Dr. Winston. Was zur Hölle macht der denn hier? Ich öffnete die Tür. Hey, Doc! Kann ich Ihnen helfen? Mark, wenn ich mich nicht irre. Ich bin wegen des täglichen Treffens hier. Und Ihrem Bericht. Na klar, das hätte ich fast vergessen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Sie zu mir nach Hause kommen würden. Haben wir das Treffen vereinbart? Ich sagte, wir müssten uns täglich sehen, oder nicht? Ja, ich schätze schon. Ich hätte nur geglaubt, Sie würden das lieber zu einer passenderen Zeit in Ihrer Praxis tun. Es ist nun 24 Stunden her, richtig? Welche Zeit wäre passender für einen arbeitslosen Mann wie Sie? Überzeugt, Doc? Also, ein Bericht. Ich habe nichts aufgeschrieben. Kann ich es Ihnen einfach erzählen? Das reicht völlig. Nun ja, ich denke, es gibt nur kleinere Nebenwirkungen. Besonders von den grau-schwarzen Pillen. Sie haben mir beim ersten Mal einen waschechten Schwindelanfall verpasst, doch es wird jedes Mal etwas besser. Außerdem habe ich bemerkt, dass mir ab und zu schwarze Flüssigkeit aus dem Mund läuft. Ganz normal. Alles ganz normal. Sieht so aus, als wäre hier dann alles in Ordnung. Machen Sie einfach weiter und wir sehen uns morgen. Er reichte mir einen 100-Dollar-Schein, drehte sich herum und ging. Wer ist es? Fragte Audrey hinter mir. Nur der Arzt, der nach mir sehen wollte. Wo? Ich hätte den Verrückten gern gesehen. Er ist gerade gegangen. Hier, pack das in deine Handtasche. Ich reichte ihr den Geldschein. Schatz, du hast mit niemandem gesprochen. Du hast die Tür geöffnet und nach einer Sekunde bin ich reingekommen. Ich hatte keine Lust, mich zu streiten. Man sollte niemals mit einer schwangeren Frau streiten. Also nahm ich meine Mittagspille und beließ es dabei. An diesem Abend sahen Audrey und ich die Nachrichten. Ein Beitrag ließ mich stutzen. Eine nicht identifizierte Leiche wurde in einer Praxis auf der South Main Street in Marlborough gefunden. Die Polizei vermutet, dass das Opfer gestern gegen Mittag gestorben ist und kurz danach in der Praxis abgelegt wurde. Die Ermittlungen laufen. Weitere Informationen wurden nicht bekannt gegeben. Die Todesursache scheint schwere Verbrennung zu sein. Der Körper sei vollständig zu Asche verbrannt. Falls jemand etwas zu dem Fall sagen kann, soll er sich an die örtliche Polizeistelle bitten. Mark, du warst doch da, als das passiert ist. Unmöglich. Die müssen was verwechselt haben. Vielleicht stimmt die Uhrzeit nicht oder so. Die einzige Person, die mit mir in dieser Praxis war, war diese Zicke am Empfang. Äh, und Dr. Winston. Du glaubst doch nicht etwa... Nein, der Typ ist verrückt, aber kein Mörder. Wo war Dr. Madsen? Ich schätze, er war krank und hat sich den Tag freigenommen. Dr. Winston hat ihn vertreten. Andererseits hat die Arzthelferin gesagt, er sei beim Mittagessen. Ich hab ihn nie gesehen. Hört sich irgendwie verdächtig an. Vielleicht sollte ich das melden. Äh, ich möchte da wirklich nicht mit reingezogen werden. Vielleicht gibt es eine Belohnung. Antwortete sie und griff nach dem Telefon. Keine zehn Minuten später standen die Cops vor unserer Türe und nahmen mich als möglichen Tatverdächtigen mit aufs Revier. Ich erzählte ihnen alles und sie glächen meine Story mit der der Arzthelferin ab. Sie ließen mich schließlich gehen, obwohl sie weder Dr. Madsen noch Dr. Winston erreichen konnten. Die nächsten Tage verliefen gut. Audrey bemerkte, dass ich sogar noch mehr rauchte. Das erzählte ich auch bei einem unserer Treffen. Dr. Winston tauchte jeden Tag um zwölf Uhr fünf auf. Alles, was ich aus ihm herausbekam, war Alles ganz normal. Machen Sie einfach weiter und berichten mir weiterhin. Ich war plötzlich häufiger wütend und entwickelte einen merkwürdigen grauen Punkt mit einem roten Ring darum auf meinem Finger. Jeden Tag wurde der Punkt größer und er brannte. Der Arzt sagte nur Gut, das bedeutet, dass es funktioniert. Ich erinnerte mich auch plötzlich an meine Träume. Sie wurden immer schlimmer. Jeden Morgen wachte ich entsetzt auf. Die schwarze Flüssigkeit sickerte immer aus meinem Mundwinkel. Es schmeckte verbrannt und nach Asche. An Tag sieben bat Audrey mich, den Versuch zu beenden. Ich lehnte natürlich ab. Ich brauchte die Pillen mittlerweile mehr als die Zigaretten und rauchte sie nur noch, um eine nehmen zu können. Wenn du nicht aufhörst, diese Pillen zu schlucken, werde ich gehen. Mir gefällt nicht, was sie aus dir machen. Babe, tu mir das nicht an. Wir brauchen das Geld. Aber sieh dich nur an. Du siehst scheiße aus. Jeden schnauzst du nur noch an. Ich kann nicht mehr in deiner Nähe sein. Es muss aufhören. Wir brauchen das Geld. Mach mich jetzt nicht für diesen Dreck verantwortlich. Das tue ich nicht. Hör auf mich anzuschreien. Ich bitte dich doch nur aus diesem Programm auszusteigen. Wir schaffen das schon. Bitte, tu das für mich. Ich war zwar wütend, doch ich war auch noch zurechnungsfähig. Schön. Ich werde morgen mit dem Arzt sprechen. Vielleicht kann ich ihn davon überzeugen, dass diese Scheiße verdammt nochmal nicht funktioniert.